Also nicht direkt den Kopf in die Decke stecken, ja, mein Freund? Da. Wie das aussieht. Naja, war jetzt nicht so geil, oder? Also ist jetzt nicht so cool. Ich meine, gut, wenn ich da was mit reinschleppe, dieses Auto zum Beispiel. Das ist vielleicht cool. Komm mit, Auto. Auto, kommst du mit? Nein, die Zunge ist abgerissen. Die Zunge reißt doch gleich ab. Schnell. Ah, Mann, meine Züge ist behindert. Toll, ich will eine neue. Meine Züge ist kaputt. Scheiche, Auto. Ich will nicht mehr. Scheiche. Das war ganz schön lächerlich, also finde ich. Ich würde sagen, dass da oben unser nächstes Ziel ist, dieser Container. Ah, da ist es ja offen. Ah, wow. Was passiert, wenn ich ein Tor mache? Voll gut und so, weißt du? Voll gut. Ich will in dieses Haus sofort. Ich will in dein Haus, Herbert. Bam. Wow. Und? Oh, hoppala. Wer hat denn da gerade eben einen veranlassen? Was? Was war das? Habt ihr das gesehen? Nochmal. Lächerlich. Fand ich jetzt gar nicht so spektakulär. Aber wenn wir in das Haus gehen, finden wir bestimmt neue tolle Sachen. Zum Beispiel Klein-Timmy. Klein-Timmy. Ach so. Die Herren beim Essen. Okay, ich bin einfach mal ganz vorsichtig. Geht's Ihnen gut? Geht's Ihnen gut? Hallo? Hallo? Und die Alt. Wie ist jetzt gerade eben gestorben? Wie ist das jetzt passiert? Und was ist mit ihm los? Also nicht direkt den Kopf in die Decke stecken, ja? Mein Freund. Er ist weg. Voll sofort ein Mann. Der hat sich versteckt von mir gerade eben. Jetzt hab ich gelockt. Geht's Ihnen gut aus. Geht's Ihnen gut aus. Ja. Sonst fliegt man nämlich ganz schnell mal aus dem Fenster raus. Was machst du? Geh mal raus. Oh. Oh, er ist aber ganz ungeschickt rausge... Moment. Meins. Naja, ich will nicht mehr. Tschüss. Ich verlasse das Haus der Johnsons. Vielleicht gehen wir in das Haus der Reds. Kennt ihr das auch, wenn ihr tagsüber viele Leitern geklettert seid und euch tut irgendwie der Hals weh? Daran liegt es. So. Dieser Herr hat mich nämlich gerade eben ausgelacht, weil ich die Trepp-Runner-Qualle bin. Kennt ihr das auch, wenn ihr von der Ziege irgendwo hochgezogen werdet? Kann natürlich auch schnell unangenehm werden, ja? Verstehe ich. Das ist wirklich klar. Man hängt da ja auch wirklich ein bisschen blöd da, ne? Aber es ist gut für... Es ist... Bestimmt für irgendwas gut. Fred chillt. Hier. Das ist das Training meines Lebens. Da ist ein Roboter drin. Ich muss sofort diesen Roboter haben. Ähm, du bist uninteressant. Aua. Und die Geräusche um... Zieh klein, vorsichtig, gell? Vorsicht. Wir haben hier... Das ist gefährlich. Wenn wir wirklich hinunter wollen zu dieser Fracht... Ähm, was machst du, du? Na, das ist jetzt ja wohl ein gefundenes Fressen. Erstmal kurz den... Da fliegt einer. Ähm, Monsieur? Wie geil ist das denn? Ähm, das ist echt blöd, ne? Wie soll ich denn da unten hinkommen? Erstmal chillen. Das ist das Beste, glaube ich. Erstmal chillen. Ich versuche jetzt was. Scheiße. Okay, ich will erstmal zu diesem Mann. Hey, du. Vorsicht, Ziege. Meine Ziege, die mit dir schmust. Vorsicht. Die schmust dich kaputt. Oh, wie unangenehm. Zack. Ja. Oh, wie süß. Das ist doch eins von... Das ist doch ne Wolli, oder? So, die Fra vom Wolli. Komm, komm, komm. Nein! Ja, aber immerhin nicht den Arsch aufgestochen. Klar. Ich... Ey! Ich heb da irgendwas auf und dadurch leck das Spiel. Eine Millitrilliarden, Millifurzsekunde und dann fall ich da runter. Scheiße, die Wand. Da drüben diskassen doch zwei gerade irgendwas. Moment. Ist das ein Göt? Again? Nein, ich bin keine Ziege. Ist das ein Göt? Ist das ein Göt? Ich weiß nicht, was du meinst. Kann ich dir helfen? Oh. Oh. Oh, nein. Ich werde es schaffen. Ist das ein Mädchen? It just fucking burns, you know? Woppa. Oh. Aber Aldi, wo gehst du hin? Nanananana. Oh, es wird nicht reichen. Oh. Shit. Das ist alles sackschwer. Wie kick ich dir? Dann komm mir an. Ja. Because I'm cool. No, because I want it. Ich will zu diesem Roboter. Me. Man kann in sich der Luft drehen. Guck euch das an. Guck mal. Geil. Ich hab einen Backflip gemacht. I'm so good. I'm so good at this shit. Alter, bin ich gut. Bin de Willy. Einmal noch. Oh, oh, fuck. Wie komm ich aus diesem Manual wieder raus? Jetzt reicht es aber. Jetzt reicht es aber allemal. Und ich auch Tschindfall einfach in den Boden. Das ist immer das Problem, wenn man hinfällt. Wenn man in den Boden stecken bleibt. This is so cool. I love Killer. He is the best. Killer is the new Yaakub King. Ha ha ha. Was? Was? Aber schade. Okay.